Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo Video. Freunde, im heutigen Gebrauchtwaren-Tipp-Video zeigen wir euch einige Dinge, die ihr beim Kauf eines BMW X5 der Modellreihe E70 beachten müsst. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Der BMW X5 der zweiten Generation mit der werksinternen Bezeichnung E70 wurde in Deutschland ab 2007 verkauft und löste damit die erste Generation des X5 ab. Während der gesamten Bauzeit wurden über 700.000 Fahrzeuge produziert und die Erwartungen, die BMW an dieses Modell stellte, wurden weit übertroffen. Davon wurden knapp unter 200.000 Exemplare allein in Deutschland ausgeliefert. Anfang 2010 erhielt der X5 ein großes Facelift, welche viele technische Neuerungen mit sich brachte. Der X5 M erhält ein eigenständiges Gebrauchtwagen-Video von uns. Die Motoren Beim X5 gibt es ebenfalls die bereits aus den parallel gebauten BMW-Modellen bekannten Motoren. Hier eine Auflistung der Größe nach geordnet. Beginnen mit den kleinsten Modellen, aufsteigen zu den Top-Motorisierungen. Fangen wir mit den Benzinern an. Es gab zwei Reihen Sechszylinder Und zwei V8-Motoren Die Dieselpalette war da schon ein wenig breiter. Hier hatte man die Auswahl aus fünf verschiedenen Dieselmotoren. Alle Dieselmodelle hatten einen Reihen-Sechszylinder verbaut mit Turbolader. Kommen wir zu den Problemen. Grundsätzlich fällt der BMW X5 der zweiten Generation positiv in der Pannenstatistik auf. Er ist ein eher seltener Anblick auf den Seitenstreifen. Probleme gibt es aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle, wie bei jedem Auto. Zu den teuersten Mängeln gehört der Ölverlust. Der Motor und Getriebe im X5 deutlich öfter befällt als bei anderen BMW-Modellen. Es ist absolute Pflicht, sich das Wunschfahrzeug von unten genauestens anzuschauen und zu prüfen, ob Ölverlust aufgetreten ist oder ob dieser gesäubert wurde. Bei hohen Laufleistungen neigen die Turbolader dazu, den Geist langsam aufzugeben. Selbst bei guter Behandlung. Darauf sollte man bei der Probefahrt achten. Klappernde Sitzkonsolen sind leider auch keine Seltenheit beim BMW X5. Besonders die Komfortsitze sind davon betroffen, wenn auf diesen keiner sitzt. Steuerketten können sich längen oder sogar reißen, wobei dies eher seltener der Fall ist. Bei einem waschechten BMW dürfen natürlich die Achsproblematiken nicht fehlen. Der X5 ist aufgrund des hohen Eigengewichts in diesem Bereich noch anfälliger als seine kleineren Geschwister. Beim iDrive-System kann es vereinzelt zu Totalausfällen kommen. Ebenfalls ein eher typisches Problem sind undichte Rückleuchten bzw. allgemein Undichtigkeiten im Heckbereich. Zwar kein technisches Problem, doch sollte man die astronomisch hohen Unterhaltskosten bei der Versicherung mit einplanen. Der X5 ist bei Dieben nach wie vor ein beliebtes Objekt. Meist durch das hintere Dreiecksfenster gelangen die Diebe in den Innenraum und räumen das Fahrzeug auf sehr grobe Art und Weise aus. Teil bzw. besser Vollkasko ist deswegen bei einem X5 absolute Pflicht. Das merkt man spätestens beim ersten Besuch der Verbrecherbanden. Wie immer möchten wir darauf hinweisen, dass es natürlich auch weitere Problematiken geben kann und es sich dabei um eher häufig auftretende Mängel handelt. Man sollte jedes interessante Fahrzeug rundum genauestens überprüfen oder bei einer geeigneten Stelle prüfen lassen. Kommen wir zur Ausstattung. Der BMW X5 war in der Basisversion nicht sonderlich gut ausgestattet. Ein Glück, dass die meisten Käufer viele Kreuze in der Sonderausstattungsliste gemacht haben. Einige besondere Serienausstattungen waren zum Beispiel eine Bergabfahrhilfe, Tempomat mit Bremsfunktion, elektrische Feststellbremse, Start-Stopp-Knopf, Begrüßungslicht, Heimleuchten, Innenspiegel automatisch abblendend, Xenon bei den größeren Motorisierungen, zweiteilige Heckklappe, Personal Profile in den Schlüsseln, AUX-Anschluss und noch ein paar mehr. Kommen wir zu den beliebten Sonderausstattungen. Man konnte den X5 bereits mit einigen Paketen viele Kreuze in der Liste verschaffen. So gab es das Innovationspaket, welches Aktivlenkung, Komfortzugang, Head-Up-Display, Xenon-Licht, Scheinwerferreinigungsanlage, adaptives Kurvenlicht mit Fernlichtassistent beinhaltet. Ein Sportpaket, welches eine sportliche Fahrwerksabstimmung, BMW Shadowline Sportlenkrad, Sportsitze elektrisch mit Memory, Dachhimmel in Anthrazit, Leichtmetallräder und eine Rathausverbreiterung beinhaltet. Das allseits beliebte und bekannte M Sportpaket, welches ein Sportfahrwerk, eine Aluminiumdachreling satiniert oder in Shadowline hochglänzend, ein M Exterieur, M Lederlenkrad, Sportsitze elektrisch mit Memory, Dachhimmel in Anthrazit, M Leichtmetallräder und einige spezielle Lackierungen enthält. Zu guter Letzt noch BMW Individual Komposition, welches BMW Individual Lederausstattung mit erweiterten Lederumfängen beinhaltet, BMW Individual Interieurleisten, BMW Individual Lederlenkrad und BMW Individual Dachhimmel in Anthrazit. Natürlich gab es ebenfalls weitere Sonderausstattungen, die man noch zusätzlich bestellen konnte, wie zum Beispiel Sitzheizung vorne und im Fond, Sitzbelüftung vorne, eine 4-Zonen-Klimaautomatik, ein Panorama-Glasdach, Standheizung mit Fermilino, PTC mit Rückfahrkamera und Top View, eine Alarmanlage, ein Garagentüröffner, automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel automatisch abblendend, Komfortzugang, Soft-Close-Automatik für die Türen, diverse Navigationssysteme mit TV-Funktion, USB-Audio-Schnittstelle, diverse Hi-Fi-Systeme, DVD-System für den Fond, DAB-Tuner und noch eine erhöhte Anhängelast und noch vieles, vieles mehr. Der X5 ist bereits dafür bekannt, eine enorm hohe Anhängelast von 2700 bis 3500 Kilogramm zu haben. Ein wahres Zugpferd. Klare Empfehlungen sind die Facelift-Modelle. Mit dem Facelift gab es viele technische Neuerungen, die man einfach nicht vermissen möchte, wenn man diese einmal hat. Bei der Motorenwahl gibt es keine Einschränkungen. Man sollte sich das nehmen, was man sich leisten kann und vor allem will. Denn der X5 ist im Unterhalt nicht gerade ein günstiger Kandidat. Viel Fahrer sollten zu den drehmomentstarken Dieseln greifen. Doch dabei beachten, dass sich die Fahrverbote für ältere Diesel immer mehr ausweiten. Die Investition in einen Diesel sollte daher sehr gut überlegt sein. So Freunde, das war's mit dem Gebrauchtwagen-Tipp für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo, ein Daumen hoch und kräftiges Teilen in allen Social-Media-Bereichen freuen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Bavmoo Crew.